Gichler möchte erstmal euch oder sie alle, die ihn noch nicht kennen und die, die ihn schon kennen, heute zu diesem Vortrag über Karma recht herzlich mit Tashi Dele begrüßen. Das Thema Karma ist buddhistisch ein sehr umfangreiches Thema, werden wir jetzt nicht bis um halb neun abhandeln können und dazudem möchte Gichler auch ein bisschen Zeit hinten offen lassen, dass sie vielleicht auch die eine oder andere Frage loswerden können. Von daher muss man wieder so gut er kann so ein bisschen eine Art Einführung oder Überblick geben über so vielleicht wesentliche Aspekte, das was man im Buddhismus oder Karma versteht. Ja. 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 tiefkündiges Thema ist und man denkt auch, dass ein wirklich tieferes Verständnis nur möglich ist, wenn man sich damit intensiver auseinandersetzt und so einfach, dass man das irgendwie mit einer Sache beschreiben könnte oder ist es definitiv nicht. Aber das ist jetzt nicht nur hier so der Fall, wenn man sagt, viele Tibeter, viele Tibeter haben ja auch nicht so, sind jetzt unbedingt sehr gebildet oder so und man benutzt das mehr so schicksalshaft. Das heißt, wenn etwas Gutes geschieht, sagt man, es ist halt Karma, wenn etwas Schlechtes geschieht, ist es halt Karma. So alles ist irgendwie Karma, aber dahinter ist oft nicht so ein wirkliches Verständnis, was es eigentlich genau bedeutet. Und auch wenn man das dann eben immer so hört, dann entwickelt sich eine bestimmte Art von Bild, im Bezug, was Karma ist. Man denkt, das ist halt wie so ein Schicksal, das man irgendwie jetzt unterworfen wäre, das man eh nicht ändern kann, das ist halt alles Karma. Aber das zeigt eher, dass man so nicht wirklich verstanden hat. Wenn man so einen Schicksal, jaинige Bag remotely verstellen, dass man mit einem großen Gehen kann auch nicht machen kann. Natürlich gibt es dann Zugang, wie man sich vielleicht mehr damit beschäftigen kann. Buddhismus sind so einfache Zugänge, indem man sich klar wird, dass Karma ja eigentlich vom Wort her nicht nur Handlung bedeutet. Und die Gesetzmäßigkeit von Karma macht eher deutlich, dass eben unser Handeln bestimmte Wirkungen hervorbringt, die wir dann erfahren. Und wie diese Verbindung genau ausschaut, wird manchmal an vier Punkten verdeutlicht. Manchmal wird gesagt, dass man ein Verständnis haben sollte, dass Karma gewiss ist. Dass man sich klar wird, dass man nicht Dinge erfahren kann, dessen Ursache oder Karma man nicht angesammelt hat. Das dritte ist, dass man versteht, dass das Karma nichts ist, auch die karmischen Kräfte, die sich von alleine irgendwie aufbrauchen, wenn es angesammelt wurde. Und ein vierter Aspekt bezieht sich darauf, dass Karma in seiner Kraft sich sogar vermehrt. Das wäre so eine Art von Unterteilung, an der man sich vielleicht ein bisschen Verständnis aneignen kann, was Karma eigentlich genau bedeutet in diesem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang. Manchmal wird noch eine Unterteilung gemacht, dass es die Möglichkeit gibt, dass man Karma ansammelt und dessen Wirkung in diesem Leben erfährt. Dann gibt es Karma, was man ansammelt, dessen Wirkung man in dem nächsten Leben erlebt. Dann gibt es Karma, was man ansammelt, was man in einem der Leben nach dem nächsten Leben erlebt. Und es gibt Karma, dessen Wirkung noch eigentlich ungewiss ist oder nicht so klar ist. Und wenn man diese Punkte so ein bisschen näher beleuchtet, dann kriegt man zumindest schon mal so ein einigermaßen Bild darüber, was eigentlich diese Gesetzmäßigkeit von Karma oder Handlung und Wirkung genau bedeuten kann oder bedeutet. Dann gibt es noch einigermaßen Bild darüber, dass man sich nicht mehr so einigermaßen bilden kann. Das ist ein Zicktees, der Zerwosobu. Zicktees. und man muss sich eben auch klar sein, wenn man zum Beispiel die Unterteilung nimmt, dass man Karma quasi versammelt, dessen Wirkung man noch in diesem Leben erlebt, dann ist es ja eigentlich etwas, an dem man zwischen bestimmten Zusammenhängen schon mal selber sich verdeutlichen kann, wo die meisten von uns mitkommen, dass man eben sich deutlich machen kann, wie man eben in diesem Leben bestimmte Dinge erlebt aufgrund von Handlungen, die man in diesem Leben gemacht hat. Für die anderen Aspekte, dass man eben aber auch Karma quasi schafft, dessen Wirkung man erst im nächsten Leben erlebt oder in einem Leben, nach dem nächsten Leben, um das überhaupt tiefer zu verstehen, vor allem anzuerkennen, da bedarf es natürlich der Überzeugung, dass es überhaupt sowas gibt, wie früher und spätere Leben, aber Erkennungsmöglichkeiten möchte jetzt erstmal diesen Aspekt weglassen, vielleicht kann man es schon mal ein bisschen verdeutlichen, dass es zumindest eine Verbindung gibt zwischen Handlung und Wirkung, wenn man sich an diesem Leben schon verdeutlicht. Es ist ein Moment, wie es auch so ist, dass es die Abenteuern gibt, aber es ist, es gibt auch die Abenteuern, die Abenteuern gibt, die Abenteuern gibt, dass es etwa Abenteuern gibt, wie immer Barbar ist es, dass es also dem Leben gibt. Das ist natürlich schwer, dass es ein Leben gibt. Vielen Dank. Das ist der erste Aspekt, dass man eben Karma ansammelt, dessen Wirkung man auch in diesem Leben erlebt, dann bedeutet buddhistisch gesehen Karma ansammelt, dass man halt irgendwelche Handlungen begeht. Und egal welche Handlungen man begeht, buddhistisch gesehen ist das immer natürlich mit unserer bestimmten Art Aspekt von Bewusstsein verbunden. Das heißt, dass man überhaupt agiert, ist ja motiviert von unserem Geist. Und der Geist hat verschiedene Faktoren und Aspekte und einen Aspekt, den nennt man eigentlich den Wille. Das ist nicht unbedingt ein ganz bewusster Wille gemeint, wie wir es vielleicht auffassen, aber wie auch immer. Und man denkt, dass dieser Wille eigentlich dafür verantwortlich ist, dass man Karma ansammelt. Das heißt, wenn man sich dann mit dieser Art von Faktor dann in irgendeine Art von Handlung quasi begibt, dann führt dieser Faktor dazu, dass diese Handlung, bestimmte Kraft, die aus dieser Handlung erwächst, quasi gespeichert wird. Und eine Art Same wird gelegt. Und es ist dann möglich, dass dieser Same in diesem Leben heranreift und man die Wirkung dieses Handelns erlebt. Dass die Wirkung natürlich im Außen auch miterlebt. Das heißt, wir können eben oft uns deutlich machen, dass wir manchmal schnell, manchmal ein paar Jahre später, bestimmte Erfahrungen machen, die wir natürlich dann erkennen können, dass sie wir eigentlich verursacht haben, durch bestimmtes Handeln vielleicht vorher in diesem Leben. Und diese Art von Verknüpfung, dass man sehen kann, dass man bestimmte Erlebnisse hat, die auf Handeln zurückgeht, was man in diesem Leben, irgendeine Art von Tätigkeit oder kann jetzt negativ, kann jetzt gut sein, was auch immer, durchgeführt hat. Dann würde dann diese Art von Verbindung, würde man sagen, dass man in der Vergangenheit eben Karma angesammelt hat, dass dessen Wirkung man nun erfährt in diesem Leben. in dieser Art von König Wachen in dieser Erlebnisse ist ein bisschen am mixer. Wenn die Pflege mit dem Geheimdienst insummen, an dem Geheimdienst wieder aufgebaut hat, dann protectorsthe Runde aufgebaut und das Buch eすig ist. Ich ruhe, wenn die Pflege mit der Branche ging, dann wird das Buch gingen. Dann werden die Pflege mit dem Geheimdienst verarbeitet und weigte. Wenn die Pflege mit dem Geheimdienst verarbeiteten, die Pflege mit dem Geheimdienst verarbeitet ist, dann kann man mit den Geheimdienst werden, dass das Buch und den Geheimdienst verarbeitet sind, Als der Leute und die Leute haben wir, die Menschen dort bekommen müssen, die Leute, die Leute in Kraft haben, dass sie gleiche phải. Und die Leute, die Leute, die Menschen in Kraft haben, die sich cotton-steuerlten, die sich an, dass sie sich mit zirnisch auf eineulares freien sind. Die Leute, die Leute die Leute aus Europa haben, sie sehen uns nicht, dass sie nicht mehr sind. Das ist das Schleuth von Orang aus. Die Menschen wie sie mit ihnen machen können, haben sie nicht so gut gemacht. Die Menschen sind so gut gemacht und wie sie sich nicht so gut gemacht haben. Sie wissen, dass sie nicht so gut gemacht haben. Und man spricht im Buddhismus eben manchmal von heilsamen Karma, was nichts anderes bedeutet, dass man entsprechend eine bestimmte Art von heilsamer Handlungen begeht, das heißt Handlungen, die anderen und so weiter vielleicht wohlwollend gegenüber ist und so weiter. Und vor allem hängt das mit der eigenen Motivation auch ab, wenn man eine gute Motivation hat, entsprechend eine gute Handlung durchführt, von heilsamem Handeln oder heilsamem Karma, was angesammelt wird. Wir wissen alle, dass wir, wenn wir uns irgendwie gut verhalten in diesem Leben, dann kann es sein, dass man in der Tat dann auch was Schönes erlebt, aufgrund dieser Handlung. Wobei wir alle wissen, das kann manchmal sofort der Fall sein, dass man was Positives erfährt. Manchmal dauert es eine Woche, Monate, Jahre, ist also quasi gar nicht begrenzt. Es ist jetzt auch dieses Leben bezogen, kann es sein, dass es erst viele Jahre später zu tragen kommt, was man an Gutem da gemacht hat und so weiter. Aber es gibt definitiv eine Verknüpfung zwischen dem, was man an Gutem erfährt und der Handlung. Das ist schon mal in diesem Leben klar. So ist es nicht nur bei heilsamem Karma, sondern auch bei unheilsamem Karma. Unheilsames Karma ist ja nichts anderes, als wenn man eben destruktiv agiert. Dann wissen wir alle, wenn jemand sehr schlecht handelt, dann kann er eben auch, wird er auch unter Umständen diesem Leben auch Schlechtes erfahren, aufgrund dieses Handels. Das kann sofort der Fall sein. Er kann quasi negative Erlebnisse aufgrund dieses Handelns auch erst ein paar Jahre später haben. Man spricht eben dann von unheilsamem Karma, dessen Wirkung man diesem Leben dann erfährt und auch diesem Leben angesammelt hat. Und es gibt manchmal auch im Buddhismus sowas wie sogenanntes indifferentes Karma. Das sind zwar auch Handlungen, die man begeht, die sind jetzt weder besonders positiv noch negativ motiviert. Und trotzdem hat das eine Wirkung, dass man aufgrund dessen bestimmte Dinge erfährt. Man würde denken, dass die Wirkung meistens auch nichts besonders Beglückendes ist, nichts besonders Leidschaffendes ist. Und so gibt es eben die Verbindung entsprechend, dass man Wirkungen des Handels in diesem Leben erlebt. Und diese Verbindung spricht man eben davon, dass da eine Gesetzmäßigkeit des Karmas gegeben ist. Eben dessen, dass man einen Karma in diesem Leben durchgeführt hat und dessen Wirkung man dann auch in diesem Leben erlebt. Wann auch es auch immer sein mag. Wann auch es auch immer sein mag. Was für Buddhisten ist natürlich, wovon man als Buddhist überzeugt ist, das heißt, einem wird deutlich, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem eigenen Erleben, das heißt, man denkt, dass ein unheilsames Handeln quasi eigenes Erleben und als Wirkung dieses Handels eine eigene negative Erfahrung, also leidhafte Erfahrung machen wird. Genauso hat man auch die Überzeugung, dass eben heilsames Tun für einen selber auch entsprechend gute Erfahrungen produzieren wird. Aber weil man auch die Überzeugung hat, dass so ein heilsames oder selbst vielleicht ein unheilsames Handeln, selbst wenn es nur geringfügig ist, glaubt man trotzdem, dass manchmal auch geringfügiges, unheilsames Agieren großen Schaden hervorbringen kann. So kann auch ein unheilsames Karma, was man ansammelt, auch wenn es vermeintlich so, man denkt, es sei jetzt gar nicht so tragisch, quasi doch eine Kraft hervorbringen, die einem irgendwann als Konsequenz viel Leid quasi bringt. Deswegen ist man in buddhistischer Ethik bedacht, dass man quasi sehr darauf achtet, was man tut. Und selbst wenn man vermeintlich so geringfügig Negatives tut, lässt man das nicht einfach auf sich beruhen, sondern man ist bemüht, entsprechend mit bestimmten Gegenmitteln, nennt man das, wie zum Beispiel Reue und so weiter, dieses Negative von Herzen zu bereinigen, um dann dessen Wirkung nicht erfahren zu müssen, weil man die Überzeugung hat, dass selbst Geringfügiges eben auch in seiner Kraft zunehmen kann und sehr leidhafte Erfahrungen hervorbringen kann. Und dann hat man sich direkt mit einer Konsequenz und bei mir nicht erwarten, mit einem Unternehmen zu verabschieden, bis zum Beispiel auf einem Lachen zu kommen. Und dann hat man sich www. Zigaret-Sung.de Und dann hat man auch vielpflichtig, wenn man unten betreffend ein, dann hat man sich auf die Matrix hervorbeettet. Man kann man nicht mehr so sein. Aber man kann man nicht mehr so sein, irgendwie alle hier zu sein. Die Anfragen werden die Kinder angebogen. Sie werden die Kinder erstmals vergangen. Sie werden die Kinder angeboten. Sie werden die Kinder angeboten. Und das kann man auch manchmal den Zusammenhang ziemlich sehr gut beobachten, selbst geringflügig negatives Verhalten, wenn man das einfach nicht so beachtet und versucht das zu unterbinden. Es entstehen einfach Gewohnheitsmuster, das drückt ja auch zur Stärkung bei. Das heißt, man kann das zum Beispiel beobachten, wenn man an seinem Job ist, je nachdem welche Kollegen oder Kolleginnen man hat, da gibt es manche, die eigentlich entsprechend vielleicht einfach so eine bestimmte Art von Verhaltensmuster haben, dass sie in der Art und Weise, wie sie sich ausdrücken, sehr schroff sind, andere oft vom Kopf stoßen und so, was eben aber auch dazu führt. Das heißt, dass dann die Leute dann schnell verletzt werden, oft ohne Handlung. Wahrscheinlich würde die Person selber gar nicht glauben, dass diese Handlung jetzt besonders schlimm war. Aber dieses Verhalten, wenn man es dann einfach quasi gar nicht beachtet, sondern denkt es halb so wild und man entwickelt dann eine bestimmte Art von Verhaltensmuster, das führt dann dazu, dass man eigentlich mit der Zeit feststellt oder die Person dann feststellt, dass eigentlich keiner so gern mit dieser Person zusammen ist, arbeitet und so weiter. Und wenn man dann entsprechend merkt, dass man eigentlich wenig Freunde, Kollegen hat, die gern mit einem zusammen sind, dann mag man sich zwar die Frage stellen, wo das herkommt, aber buddhistisch gesehen glaubt man, dass es eben aus unheilsamen Handlungen entstanden ist. Das heißt, dass man dann so eine unangenehme Erfahrung macht, wie irgendwie keine Kollegen zu finden, die einen irgendwie mögen und gern mit einem zusammen sind und so weiter, ist dann einfach manchmal eine Folge des Verhaltens. Und buddhistisch gesehen ist es eben wichtig zu sehen, dass man wirklich sein Verhalten betrachtet. Und wenn man eben merkt, dass man, auch wenn es jetzt gar nicht so stark beabsichtigt ist, Ante zu verletzen, aber doch entsprechend durch die Art und Weise, wie man agiert, Ante verletzt, dann würde man dann eben das beachten und dem Beachtung schenken. Man würde dann nicht nur natürlich das mit entsprechender Reue betrachten und Dauern verspüren, sondern man würde dann auch bemüht sein, dem etwas Positives entgegenzusetzen. Das heißt, man hat ja dann den Vorsatz, wenn man von Herzen Reue hat, das sowieso nicht wiederzutun oder anders oder besser zu machen. Und buddhistisch besser machen hieße, man würde dann zum Beispiel den netten Kollegen beispielsweise mit mehr Wohlwollen und so begegnen. Wenn man eben wirklich bemüht ist, mit anderen mit Wohlwollen zu begegnen, wiederum ist das etwas Heilsames. Also dann ist das Verhalten quasi von etwas Negatives zu etwas Positivem geworden. Und wenn man dann bemüht ist und das auch umsetzt, entsprechend anderen mit Wohlwollen zu begegnen, wird man feststellen, dass mit der Zeit auch die Erfahrungen anderes sind. Dass man viel mehr vielleicht Kollegialität auf einer positiven Art und Weise erlebt und erfährt. Und das ist dann einfach eine Wirkung dessen, dass man eben dann bemüht war, von so einer mehr unheilsamen Haltungs- oder Verhaltensweise in so eine Heilsame zu kommen. Und man wird auch selber dann die Erfahrung machen, dass es Gutes hervorbringt. Und das ist dann das Wohlwollen, dass man ein Kind und das eine Ablочьabschraining mit er zu machen kann. Von so einer sch ungefähre oder die Oder der Schulzüten, die es wurde die Arme RE-Günen und die Arme, die Arme oder die Arme, das auch zum Beispiel. Also das ist das Urheil, dass die Arme-Günen und die Arme, die Arme und die Arme und die Arme, die Arme. Und wenn man das mit einer Erachtung gemacht hat, dann wie ein, das ist das Urheil. Man denkt im Buddhismus, dass man eben so, natürlich, das ist jetzt an Beispielen, dass man entsprechend das alles schon in diesem Leben erfährt, aber man denkt, dass eben so ein Karma auch vielfältige Wirkung hat. Das heißt zum Beispiel, wenn man jemand ist, der Zwietracht sät, das heißt, dass man vielleicht das Schlechtverhalten hat, über andere zu lästern und entsprechend dafür zu sorgen, dass Leute in Disharmonie geraten und man es nicht ertragen kann, wenn andere Harmonies sind und so weiter und man dann eben anfängt zu lästern und so weiter, dann glaubt man, sammelt man damit ein unheilsames Karma an. Das kann schon in diesem Leben dazu führen, dass man dann mit der Zeit feststellt, dass man immer weniger Freunde oder Kollegen hat oder wer auch immer, die mit einem gerne zusammen sind, weil sich das irgendwie dann deutlich wird, dass dieses, und das ist ja dann auch nicht schön zu erleben, dass man irgendwie keine Freunde findet, keine Leute findet, die gerne bei einem sind und so weiter. Im Buddhismus denkt man auch, das wäre dann eine Wirkung schon in diesem Leben. Man denkt aber auch manchmal, fährt man erst, dass die Wirkung dann im Leben danach, obwohl dann die Handlung im früheren Leben gegeben war. Man macht die Erfahrung, egal wo man hinkommt, dass man keine Freunde findet, dass man schwer hat, harmonische Beziehungen zu pflegen. Man fragt sich dann, wo es herkommt. Durch gesehen glaubt man, dass es mit so einer Art von Karma oder Handlung in Verbindung steht, dass man vielleicht früher angesammelt hat, nicht bereinigt hat. Und es wirkt sich dann aus, dass man dann selber an die Erfahrung kommt, entsprechend wenig harmonische Beziehungen haben zu können. Und das ist das, was wirkt haben, wo wir unseren Leben haben, dass wir uns da machen lassen, wo wir uns da machen können. Das ist eine gute Frage. Und es ist so, dass man entsprechend sehen kann, dass man im Buddhismus eben das sehr stark mit Ethik verbindet. Also das heißt, diese Überzeugung von Karma, diese Gesetzmäßigkeit von Handlung und Wirkung, gibt einem eigentlich auch die Möglichkeit, wenn man sein Verhalten entsprechend ändert, zu anderen Erfahrungen abzukommen. Deswegen ist es ein Grund, wieso man sich ethisch verhält, weil man weiß, dass man dadurch positive Erfahrungen macht. Natürlich ist es oft schwer, weil man die Zusammenhänge nicht immer gleich erkennen kann. Zum Beispiel gibt es eben, dass man seine Rede andere verletzt. Man spricht eigentlich wörtlich davon, dass es grobe Worte sind oder grobe Rede, die man führt. Aber man kann eben feststellen, dass die Art und das muss manchmal ist natürlich ganz bewusst, dass man anderen mit bösen Worten oder grober Rede verletzt. Manchmal ist es einfach so, dass man einfach von der Art von Gewohnheit, wie man sich Ausdrücken pflegt, bei anderen quasi Verletzungen herbeiführt und so weiter. In allen Fällen ist es natürlich wichtig, dass man eine bestimmte Art von Achtsamkeit hat, eine Bewusstheit hat über das, was man eigentlich da macht und so. Und wenn man das nicht macht, dann glaubt man, dass man einfach unheilsame Eindrücke im eigenen Geist hinterlässt mit so einem Verhalten und es dann auch dazu kommt, dass man selber dann Negatives auch zu Ohren bekommt quasi. Das kann man eben feststellen. Es gibt zum Beispiel manche, die egal was sie hören, sich immer angegriffen fühlen. Das heißt, eigentlich ist es in seltenen Fällen der Fall, dass sie wirklich angegriffen werden. Aber in ihnen erscheint es so, egal was solche Sachen, dass sie sich persönlich angegriffen fühlen. Buddhist gesehen glaubt man, dass das eigentlich eine Wirkung ist von dem Karma, dass man in der Vergangenheit mit entsprechender verletzender Rede eben diese Ursachen gelegt hat. Und wenn man diese nicht bereinigt oder eben nicht so eine Art, wenn man das Verhalten nicht ändert, dann kommt es dann zur eigenen Erfahrung dessen, dass man eben dann von allem, was man in so Ohren bekommt, sich verletzt fühlt. Und Buddhist gesehen ist es deswegen so, dass man aufgrund dieser Überzeugung, dass es da eine Verbindung gibt zwischen der Erfahrung und der Handlung, dass man sehr quasi behutsam und achtsam sein Verhalten prüft, bemüht ist auf ethischer Weise solche negativen Verhaltensmuster zu verändern und abzustellen. Nun, auch ich sehe über die Anlegating abzustellen hier und wir lassen uns crowbsten, dass der spannende Vorwärter und nach der condiciones nicht auslÖn. Ach so, wenn ich어주 Test habe, Ich liebe diese Menschen, die den Menschen zu helfen. Sie hat die Menschen zu helfen, wenn sie nicht mehr denken. Aber sie können sich nicht mehr auf und sagen, dass sie nicht mehr so sein können. Aber sie können sich nicht mehr an das Menschen zu helfen. Und im Buddhismus glaubt man eben auch, dass es zwar immer Bedingungen bedarf, dass so eine Art von Eindruck aus einer vergangenen Handlung dann zur Reife kommt, aber die Bedingungen sind nicht die vordergründigen, sondern man denkt, das Hauptsächliche, dass man das erfährt, liegt an dem eigenen Karma oder dieser Anlage, die man in eigenen Falten gelegt hat. Zum Beispiel, wenn man tötet, dann glaubt man, dass es zum Beispiel Töten noch dazu führt, dass man unter Umständen im nächsten Leben frühzeitig stirbt, einen frühzeitigen Tod erlebt oder einen tödlichen Unfall hat oder so, dass es dann in Buddhismus noch eine Auswirkung des Tötens sein, des Handelns sein. Und man kann manchmal feststellen, dass selbst wenn ein Flugzeug abstürzt, vielleicht alle sterben, außer ein oder zwei überleben. Und dann denkt man sich, komisch, eigentlich waren ja die Umstände für zu sterben, waren eigentlich, sagen wir mal, ziemlich deutlich. Wieso haben die überlebt? Als Buddhist denkt man, für sie quasi war im Moment nicht so ein Karma da, aber aus dem Töten, aus der Vergangenheit, was jetzt das hätte bewirken können. Aber manchmal ist es umgekehrt. Manchmal geschehen für unsere Augen, denken wir, das ist eigentlich kaum ein nichtiger Anlass, ein ganz leichter Unfall. Und trotzdem ist so eine Person so unglücklich involviert, dass sie stirbt, wo man sich vielleicht nicht, wieso stirbt, die ja so alle anüberleben, aber der hat dann so komisch... Für uns ist es dann wie so eine Art Zufall oder wie auch immer. Aus Buddhismus denkt man, dass eben da eine karmische Anlage war, aus dem Töten, aus dem frühen Leben beispielsweise, wo eben schon kleine Umstände ausreichen, dass man das dann erfährt und so. Und für Buddhisten ist es dann eher nicht eine Sache des Zufalls, sondern man würde dann mehr die Verbindung schaffen zu so einer karmischen Anlage. Ich mag mal denken, aber habe ich ja Glück gehabt, habe ich noch keinen umgebracht in dem Leben, aber als Buddhist würde man das überhaupt gar nicht so fühlen, sondern man würde denken, dass man auf alle Fälle unzählig viele Anlagen des Tötens in sich trägt, also getötet zu haben, sowohl was das frühere Leben anging, aber auch in diesem Leben hat man schon viele Lebewesen getötet, wenn man wahrscheinlich genauer hinguckt. Und aus diesem Grunde, weil man einfach die Überzeugung hat, dass man solche Anlagen trägt, ist man eben auch vorsichtig, weil man weiß, dass eben bestimmte Umstände auch entsprechend den frühzeitigen Tod vorbeiführen können. Also, wenn man solche Anlagen trägt, Die Gäste werden viel von ihm getötet. Wie geht die Gäste? Wie geht die Gäste? Ich habe die Gäste, die ich nicht getötete. Wenn die Gäste nicht mehr die Gäste nicht, dann kann ich das Gäste nicht mehr. Wie geht die Gäste nicht? Er ist ja auch ein Buddhist und ist vom Karma sehr überzeugt. Man hat die feste Überzeugung, dass er sehr viele Anlagen für verschiedenste Krankheiten in sich trägt. Und wenn man so diese Überzeugung hat, dass man weiß, das ist ziemlich klar in dieser Art von Auffassung oder Gefühl in sich, dann ist man natürlich auf der einen Seite vorsichtig, auf eine bestimmte Art und Weise, weil man weiß, man selber kann auch krank werden, wo kommt das dann her? Weil man eben Anlagen dafür hat. Wobei er die tiefe Erfahrung gemacht hat, dass er für eine Krankheit wahrscheinlich jetzt nicht die Anlagen hat. Das ist wohl TBC, weil er mit Menschen zusammengelebt hat, die offene TBC hatten. Und da war noch ein junger Mönch und die Lehrer haben quasi gesagt, die müssen vorsichtig sein. Dieser ältere Mitmönch, der ist halt schwer erkrankt und so. Und Geche war einer der wenigen, die mit denen zusammen war. Und dann war er auch ein bisschen unwissend. Und da war, die haben dann manchmal, er konnte dann, weil er so schwer krank war, nichts essen, hat dann von seinem Teller ihm die Reste auch in seine Schüssel getan. Und Geche wollte ihm jetzt nicht kränken und hat das dann immer gegessen. Das war nicht nur einmal, sondern jahrelang. Und viele sind auch krank geworden in dem Kontext. Aber er ist nicht an TBC erkrankt. So, da hat er sich dadurch zu überzeugen, dass er das Karma in diesem Leben an TBC zu erkranken, wahrscheinlich überhaupt nicht da. Weil die Umstände waren so gut eigentlich, daran zu erkranken. Und es ist bei ihm jetzt nichts passiert. Aber, dass da viele Anlagen da sind, quasi zu erkranken, ist deutlich. Auf alle Fälle hat ihn so dieses quasi, nicht vom Überzeugen, was das Karma angeht, abgebracht, die Erfahrung. Sondern er hat dann eher für sich gesagt, okay, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich habe die Anlage nicht an TBC zu erkranken, oder die Zeit war nicht reif, zu dem Zeitpunkt an TBC zu erkranken. Aber mehr Möglichkeiten hat es nicht. Das heißt, wo er eben Mönch war in Indien im Kloster, heutzutage ist das anders. Da gibt es natürlich viel Gesundheitsvorsorge und die Leute sind irgendwie bewusster und achtsamer. Aber zu seiner Zeit war da überhaupt gar keine Bewusstheit. Und das hat natürlich dazu geführt, dass total viele auch Erkrankten an allem Möglichen. Und das heißt, wenn wir die Anlage nicht an TBC zu erkranken, können wir die Anlage nicht an TBC zu erkranken. Das ist der Meinung, dass ein Künstler mit den Händen ist. Das ist alles beschädig, wenn es etwas versteht, daran etwas anders passiert. Und wenn man diese Überzeugung hat, dass man eben auch Karma ansammelt, dessen Wirkung man dann erst im nächsten Leben erfährt, dann kann man natürlich auch in Rückschau sich klar werden, dass man natürlich mal in diesem Leben Erfahrung macht, dessen Ursache eigentlich gar nicht in diesem Leben zu suchen sind, sondern auf frühere Leben zurückreichen, oder? Das ist natürlich aus buddhistischer Perspektive eine andere Perspektive, als wenn man immer nur dieses Leben als Erklärung nimmt. Man kann aber auch manchmal feststellen, dass es jemand vielleicht einen bestimmten Zustand erlebt, im Geist, dass er eine bestimmte Art von Unglücklichsein hat oder dass er merkt, dass er eine bestimmte Art von Zorn oder Unausgeglichenheit hat, wie auch immer hat. Man kann gar keine Verbindung finden, wie das eigentlich jetzt ist. Man fühlt so, man ist so. Als Buddhist wäre das eben anders. Man würde denken, okay, ich kann mir zwar jetzt nicht erklären, dass ich jetzt das und das erfahre, aber man würde eher die Überzeugung haben, dass es eben, wenn es eben unangenehm ist, dann aus unheilsamem Handeln aus früherem Leben hervorgeht. Das hat dann natürlich viele Arten von Konsequenz zur Folge. Das heißt, wenn man diese innere Überzeugung als Buddhist jetzt hat, dann würde man auf der einen Seite den Zustand mehr annehmen, weil man einfach sich klar wird, okay, da ist eben jetzt ein negatives Karma gereift, was für ein Leben, das nehme ich jetzt eben an, dann kann ich eh nichts ändern, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite macht man sich natürlich deutlich, dass man sich dann eher bestärkt fühlt, in diesem Leben einfach noch viel behutsamer zu sein, was sein eigenes Verhalten angeht. Man ist bemüht eigentlich, mehr heilsame Faktoren, quasi wie Wohlwollen und so weiter zu kultivieren und fühlt sich dann eher angespornt, dass man sich mehr bemüht, heilsame Ursachen zu setzen, um eben in positive Erfahrungen zu kommen. Heißt das, man bleibt nicht dabei stehen, wenn man was erfährt, sondern es führt eher dazu, dass man in die entsprechende Aktivität kommt oder Tatkraft kommt, da jetzt was Gutes zu schaffen, so, aufgrund der Erfahrung. Und wenn man das dann macht, dann führt das Buddhist gesehen dazu nicht nur, dass man dann Anlagen legt durch das Heilsame, wie man darauf reagiert für die Zukunft, sondern man glaubt, dass auch diese heilsame Kraft mit dazu führt, dass unheilsames Karma, was noch da ist, auch geschwächt wird und gar nicht vielleicht mehr so stark zum Tragen kommt. Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Die Person von Zehnbushy ist nicht so gut wie oft, so oft wird es viel raisend ist. Der Körper,garst du kannst nicht mehr so gut wie die Person beschädigt. Die Person von Zehnbushy , ist auch viel zu wenig zu viel, und das ist auch viel zu viel, wenn viele machen, die Menschen, die Menschen, die Eltern, die ihnen sind. Die Menschen, die Kinder, die Frauen, die sie sind noch viel zufrieden. Der Körper wird noch nicht zufrieden. Und als Buddhist hat man eben diese Überzeugung, weil man sich eben bestimmte Punkte dieses Zusammenhangs von Handlung und Wirkung vor Augen führt. Man spricht zum Beispiel vom Karma-Gesetz, was sich an vier Punkten verdeutlicht. Wie gehe ich auch schon eingangs erwähnt, dass der erste Punkt war, dass Karma gewiss ist. Karma gewiss ist, das heißt, dass die Wirkungen der eigenen Handlung nicht beliebig sind, sondern man ist der festen Überzeugung innerhalb dieser Buddhistischen Vorstellung von Karma, dass heilsames Handeln oder heilsames Karma definitiv nur Gutes hervorbringt, also nur Glück. Das heißt, in umgedrehtem Falle, man wird nie Glück erleben, wenn man kein heilsames Karma hat oder kein heilsames Karma schafft. Und man hat auch die Vorstellung, dass unheilsames Verhalten, also negatives Verhalten, nur eine Wirkung hervorbringt, nämlich die eigene Erfahrung von Leiden. Und da gibt es eben auch quasi kein Vertun, das ist nicht irgendwie beliebig, sondern das ist definitiv der Fall, dass aus unheilsamem definitiv Leid erwächst, nichts anderes, niemals Glück und aus heilsamem immer Glück und niemals Leid. Diese Art von Überzeugung hat man, dass Karma diese Art von Gewissheit aufweist. Aber unsere alltäglichen Wahrnehmung ist es ja anders. Wir haben ja manchmal die Vorstellung, wenn ich mich jetzt negativ veralter, dann hat das schon irgendwie Vorteile für mich. Und man glaubt dann, dieses Glück des Vorteils würde aus dem negativen Handel entstehen. Würde ich gesehen, es ist völlig fehl aufgefasst. Wie gesagt, es gibt noch nicht die Vorstellung. Wie gesagt, es gibt noch einen Wert, wie ich bin für mich, denn ich bin für mich oder auch nicht der Vorstellung, dass ich mich bis zum Beispiel bin. Ich bin für mich und für mich, Wenn ich bin für mich, wie ich bin für mich, dann gehe ich aber aufgefasst. , die Menschen sagen, dass die Leute hier nicht so alt sind. Es gibt die Leute daran, dass die Leute hier in einer Therein liegt und sie sind nicht so gut. Wenn sie nicht so gut, dass sie die Leute hier mehr gut glauben können, dann sagen sie, sie werden gerne nicht. Wir говорят, sie werden ganz gut verletzten, Dann bekommen sie wieder eine Frage. Wenn Sie sich den Menschen, die Leute, die Leute sich daran anschauen, dann würden sie nicht mehr zu lernen. Und das Zweite war ja das, was wir eben schon gehört haben, dass man die Überzeugung hat, dass das Karma, diese Handlungen oder diese Anlagen sogar noch wachsen oder die Kraft wächst. Durch gesehen entsteht natürlich alles in Abhängigkeit, das wächst nicht aus sich selbst heraus, zwar in Stärke, aber man kann sich vorstellen, wie wir das auch schon gehört haben, dass eben geringfügig Negatives manchmal auch sehr verheerende Auswirkungen hat. Das heißt, eine sehr starke Kraft sich entwickelt. Buddhistisch gesehen glaubt man, dass bestimmte innere Prozesse auch beteiligt sind. Es ist ja nicht nur so, dass man eine negative Anlage durch ein negatives Verhalten schafft, sondern man hat ja immer wieder auch negative Zustände im Geist, die dazu führen, dass diese negative Anlage, die schon da ist, dann immer noch gestärkt wird und dann Kraft gewinnt. Das ist natürlich nur im Negativen der Fall, das ist auch im Heilsamen der Fall. Im Negativen hat es natürlich die Konsequenz, dass man bemüht ist, so früh wie möglich, wenn man sich Negativen deutlich wird, was man getan hat, das dann versucht zu bereinigen. Aber auch im Heilsamen ist es so, dass man glaubt, dass das Heilsame, was man setzt, entsprechend auch in positive Wirkung, was vielleicht klein wirkt oder erscheint, kann trotzdem sehr viel Positives, Gutes hervorbringen. Das wird natürlich auch gestärkt durch bestimmte heilsame Zustände, die diese heilsame Anlage noch kräftigen. Zum Beispiel heißt es im Buddhismus, dass wenn man sich an Heilsamen, was man gesammelt hat, erfreut, führt das zum Beispiel dazu, dass da sogar immer noch stärker und stärker wird, die Wirkung, die daraus erwächst. Das ist, was manly erstmals auch gestärkt wenn man versucht. Tü-500-Plate am Tag, der vessel macht, Möchtung, ist das Ihr Problemgeladet hat sich nicht zur Verfügung. Bis zum Beispiel ein cut-ガんですer Lichter ist, Dann gibt es das dritte von diesen vier Aspekten, nämlich dem Aspekt, dass man sich deutlich wird, dass es unmöglich ist, etwas zu erfahren, dessen Ursache man nicht angesammelt hat. Das heißt, man wird quasi nichts erleben, dessen Ursache man sich auch angesammelt hätte. Das muss man jetzt nicht nur auf Negatives beziehen, sondern als Buddhist macht man sich deutlich, wenn man etwas Gutes erlebt, ist es quasi nicht möglich, etwas Gutes zu erleben, wenn man nicht auf die entsprechende Ursache gelegt hat. Das heißt, man macht auch positive Erfahrungen, werdet man so aus, dass man sich klar wird, dass man entsprechend heilsame Anlagen der Vergangenheit gelegt hat und entsprechend diese Art von Überzeugung führt dann dazu, dass man auch den Vorsatz hat, immer wieder Heilsames zu schaffen, weil man sich immer wieder klar wird, das, was man an Gutem erlebt, kommt nicht ohne Ursache zustande. Der vierte, letzte dieser vier Aspekte ist der, dass man die Überzeugung hat, dass diese karmischen Anlagen, die man durch das Handeln schafft und deren Wirkung, dass die sich nicht von alleine aufbrauchen. Man kann ja in anderen Zusammenhängen in welchen Zusammenhängen sehen, dass man manchmal was schafft und irgendwann ist die Wirkung einfach so nicht mehr da oder so. Aber das heißt, dass diese karmischen Wirkungskräfte sich nicht von alleine aufbrauchen, sondern entsprechend, wenn man zum Beispiel Unheilsames begeht und das nicht bereinigt, wir haben ja schon gehört, es gibt Möglichkeiten, das zu bereinigen, dann schafft man Umstände, dass natürlich die Wirkung nicht eintreten muss. Wenn man aber nichts dagegen macht, wird egal wie lange es dauert und wie viel Leben es auch dauert, es definitiv die entsprechende negative Wirkung hervorbringen. Genauso ist es auch bei Heilsamenanlagen. Das heißt, wenn man sich bemüht, im Leben heilsam zu agieren, dann ist es quasi nie umsonst, sondern dieses Heilsame wird, wenn nichts entsprechend Negatives dagegen gesetzt, wird manchmal, dass bestimmte Zustände von Hass und Zorn heilsame Anlagen auch wieder schmälern und auch zerstören können. Wenn das nicht eintritt, dann ist es so, dass entsprechend jede heilsame Anlage definitiv quasi diese Wirkung hervorbringen wird, weil sie sich nicht von alleine aufbraucht oder entsprechend wirkungslos werden kann. Ich sage, dass es so, wenn man sich um den Menschen mit ihnen zu verändern, dass es ihnen zu verändern ist, dass es ihnen zu verändern. Nachrichten zu meinen Mannschaften zu einem der Natur zu kommen, möchte ich, als Sie alle die Zombo abhaben können. Wenn wir die Zombo haben, dann sich die Zombo abhaben und die Zombo aus〜 und das andere in den Tungen werden, dann müssen Sie auch die Zombo abhaben. Wenn wir die Zombo haben, dann einfach im Zombo abhaben. Und wir sollten Sie wissen, dass ich eigentlich ein Zombo so kann, dann auch die Zombo abhaben können. Und dann, wenn man so dieses versteht, dann kommt es natürlich, wenn man buddhistische Lehrreden und so weiter liest, dann gibt es in der Tat Aussagen, wo es heißt zum Beispiel, dass die ganze Welt aus Karma entstanden ist. Die ganze Welt ist aus Karma geboren und so weiter. Und dann hat man Schwierigkeiten, wenn man so etwas hört. Ist alles aus Karma entstanden? Sie ist doch da. Ist alles da. Ja, aber wenn man vielleicht, um das annähernd zu verstehen, kann man eigentlich deutlich machen, was wir als Welt begreifen oder leben, ist ja bei jedem anders, oder? Das kann man schon feststellen. Wenn man eine Person nimmt, dann erscheint der eine, scheint die Person total angenehm zu sein. Und jemand anderes erscheint die Person unangenehm. Und das ist völlig unerheblich, ob die Person nun angenehm und unangenehm von seiner Seite ist, sondern man selber erlebt sie als angenehm. Und wenn aber man sie selber als angenehm erlebt und jemand anderes sie als unangenehm erlebt, zeigt das eigentlich nicht, dass es jetzt primär die Person ist, also die da im Außen ist, sondern das ist mehr geprägt durch die eigenen Veranlagungen, wieso man jetzt das so erlebt, beglückend erlebt, wieso man das eigentlich unangenehm erlebt und so weiter. Und im Buddhismus glaubt man das so, wie man die Welt erlebt, dann ist das eben nicht quasi, was irgendwie durch das Äußere gegeben ist, sondern vor allem dominiert es durch eigene Veranlagungen und Anlagen. Deswegen heißt es, dass dieses eigene Karma quasi dazu führt, dass die Welt, so wie wir sie erfahren, daraus geboren ist und so weiter. Ich sage es, wenn du dein Leben, dann sagst du das, was du mit ihm erst. Du bist das, was du mit ihm nicht zu tun. Du bist ja, dass du mit ihm nicht zu tun. Und natürlich ist das Karma manchmal so, dass man zum Beispiel als Mensch ähnliches Karma hat und aus anderen Existenzformen auch ähnliches Karma hat, nach Gattung und so weiter. Und das führt natürlich zur Erfahrung der Welt, die zwar für uns dann allgemein gleich ist, wir haben dann die Annahme, du siehst das ja auch, das kann ja nicht darin liegen, dass es jetzt ein Karma liegt. Und in den Klosertexten wird deutlich gemacht, wenn man zum Beispiel so ein Glas Wasser nimmt oder eine Tasse Wasser nimmt, dann heißt es, dann ist es eben, wenn es eine Tasse Wasser ist, für die Menschen, für uns Menschen, wird da eine Tasse Wasser deutlich. Wir erleben Wasser, oder? Das heißt, dass die Götter, es gibt im Buddhistismus die Vorstellung, dass es so Götterwelten gibt, die Götter erleben Nektar. Das heißt, wenn sie das wahrnehmen, können sie nichts wahrnehmen als Nektar. Für sie ist da nur Nektar. Und für alle Götter nehmen da Nektar kein Wasser. So, und das heißt, es gibt bestimmte Geister, wie heißt man Hungergeister, bestimmte Wesen. Wenn die das wahrnehmen, würden sie alle nur Blut und Eiter, also eklige Substanzen wahrnehmen. Sie hätten keine andere Möglichkeit, als da jetzt Blut und Eiter wahrzunehmen. So, und würden sich dann auch alle darüber verständigen, dass das Blut und Eiter ist, also was Ekliches ist. So, aber dass man eben das so und so wahrnimmt, ist vor allem geprägt durch das entsprechende Karma, was man hat dann. Und weniger durch das Außen selber, ne? Aber ich weiß nicht, oder? Aber wenn man die Menschen auchetrical ein, als sie die Menschen in den Wolfgang mit sich, dann will man es gewöhnen, weil es nicht so gut. Aber wenn es nicht so gut, dann will man sich nicht mehr, oder ob sie arbeiten und dann will man es in den Bereich. Wenn man sich auf jeden Tag auf einen Tag Nacional befindet, dann will man sich nicht mehr und da es dann auch einfach das zu machen. Und das würde man eben auch sehen, dass selbst natürlich innerhalb einer Gattung als Mensch man trotzdem die gleichen Dinge unterschiedlich erlebt. Das kennen wir zu Genüge, wenn wir uns über das Essen streiten, oder? Das heißt, der eine sagt, das schmeckt doch voll lecker, der andere sagt, das ist so eklig, schmeckt doch nichts und so. Und da mag man sich noch so viel darüber auslassen, wie das Essen ist. Der, der es eben lecker empfindet, der hat eben eine entsprechende karmische Anlage, dass ihm das einfach lecker schmeckt und auch diese Erfahrung macht, dass es lecker ist. Und dem anderen mag man es noch viel aufdrängen wollen, wenn das Karma nicht hat, ist es für ihn einfach nicht lecker. Und da kann man nichts von ändern, das ist im Moment so der Fall. Und das heißt, es ist ein entsprechendes Karma, was dazu beiträgt, dass man das so oder so erlebt. Im Buddhismus glaubt man, dass natürlich durch das entsprechende Verhalten, bzw. durch das entsprechende Läutern des Geistes, man dadurch auch ganz andere Erfahrungen hervorbringt. Man glaubt zum Beispiel, der Buddha, der Buddha, der hat seinen Geist so stark geläutert, dass überhaupt gar kein Karma für sowas Negatives mehr da ist. Dem könnte man quasi auch was Verderbliches vorhalten, für ihn würde das quasi Glückseligkeit auslösen, würde total lecker sein quasi. Er kann nicht mehr was Ekliches oder Unangenehmes erfahren, weil er die Anlage, die er für nicht mehr hat. Er kann nicht mehr so stark geläutert, sondern auch nicht mehr so stark geläutert, sondern auch nicht mehr so stark geläutert. Er kann nicht mehr so stark geläutert, sondern auch nicht mehr so stark geläutert, sondern auch nicht mehr so stark geläutert. Das war es für die meisten. Und dass es uns die meisten von uns gibt, die meisten Menschen, die wir uns verbrechen suchen haben. Wenn wir uns hierher kommen, können wir uns hierher kommen. Wir wissen nicht, dass wir uns hierher kommen, sondern wir lernen. Wir wissen nicht, dass wir uns hierher kommen. Wir wissen nicht, dass wir uns hierher kommen. Das heißt, wenn man nun dieses über Karma hört, wie gesagt, es ist jetzt nicht so völlig erschöpfend, das Thema hier zu behandeln, dann muss man sich eben klar sein, dass wenn man das Überzeugung darin gewinnt, dann hat das natürlich völlige Auswirkungen auf das Gestalten des eigenen Lebens. Das heißt, man ist eigentlich bemüht. Natürlich kann man auch entsprechend davon Abstand nehmen, Ante zu verletzen, in seinem eigenen Verhalten so aufzutreten, dass es Ante schädigt, weil man dann vielleicht Mitgefühl hat und weiß, das tut anderen nicht gut. Aber im Buddhismus führt eben die Überzeugung des Karmas auch dazu, dass man, wenn man Ante schädigt, mit seinem eigenen Verhalten nicht nur dem anderen schädigt, man schädigt auch immer sich selber. Das heißt, weil ein negatives Verhalten immer auch auf sich selber wieder abfärbt und man entsprechende leidhafte Erfahrungen daraus erwachsen. Und das führt natürlich in Konsequenz dazu, dass man einfach bemüht ist, dieses destruktive Verhaltensweisen, so gut man kann, wirklich quasi zu überwinden und entsprechend zu schmälern, abzubauen, achtsam zu leben, Ante nicht mit dem, was man tut, zu verletzen, sei es körperlich, sei es mit seiner Sprache oder auch schon mit seiner Motivation, mit seinem Geist und so weiter. Und auf der anderen Seite, natürlich reicht es aus, so zu handeln, dass man anderen beglückt, weil wenn man wirklich Liebe in sich trägt, ist es eigentlich für einen selbst uninteressant, was mit einem selbst ist, sondern man hat den Wunsch, anders und Gutes zu tun. Aber im Buddhismus weiß man aufgrund des Karmas auch, wenn ich quasi heilsam lebe und so lebe, dass es auch Nutzen für andere hat, dann wird es definitiv nicht nur den anderen gut tun, sondern man wird selber aus diesem heilsamen Handlung heraus selbst in positive Erfahrungen kommen. Und so ist man dann bemüht, eben ein Leben zu führen, indem man so mehr mit Liebe, mit Gefühl kultiviert, dass man mehr lernt, auch Schwierigkeiten mehr mit Gelassenheit zu nehmen, Geduld zu entwickeln. Man glaubt, dass das Wirkung hat. Das kann schon in diesem Leben, wie wir gehört haben, der Fall sein, dass wenn man ernsthaft dann so sein Leben verbringt, dass man aber viel mehr in so einer Art von Friede erfährt, viel mehr die Menschen positiv auf einen reagieren, man mehr Sympathien durch andere erlebt. Aber selbst wenn das nicht der Fall in diesem Leben ist, wird das irgendwann seine Wirkung zeigen. Vielleicht im nächsten Leben steht man dann da, Ante sind dann einem irgendwie sehr nahe, man trifft auf viele Freunde und so weiter oder es heißt sogar, dass die Übung der Geduld dazu führt, dass man auch ein schönes Aussehen hat, dass man denkt, man dann im nächsten Leben kann die Geduld dazu führen, dass man für andere irgendwie attraktiv wirkt, einfach weil man sich so hingezogen fühlt zu einer so einer Person. So glaubt man eigentlich, dass dieses Heilsame dann nicht nur für andere beglückend ist, sondern für einen selbst definitiv gute Erfahrungen bringt. So kann man sehen, dass diese Überzeugung ein sehr starkes Leben und vor allem das eigene Verhalten prägt und man bemüht ist dann eben so sein Leben so gut man kann, mehr mit Qualität zu leben. Also wenn man die Verdeckung ist, dann kann man die Verhalten mit donkey. Aber wir haben das einen Gehrein zu sehen, ich weiß nicht, sondern es will das Sachen, aber die Verhalten sind dann für mich erhebliche. Und wenn man die Verhalten ist, dann kann man die Verhalten werden. Aber damit warst du ein Leben, wenn man die Verhalten hat, wenn man die Verlauchung an dem Leben hat, dann warst du ein Leben, weshalb man das Leben hat, dass ich die Verhalten haben kann, dass die Verhalten zu wollen haben, wer wir es nicht betrachten können. Dann haben wir die Verhalten, Gleichzeitig glaubt man natürlich, dass es dem Geist einfach auch entsprechende Richtungen gibt. Zum Beispiel kann man gut feststellen, in solchen Kulturen, vielleicht Tibet oder wie auch immer, dass Leute dann in so ein Tempel gehen und entsprechend von Herzen kommende Wünschgebete machen, dass sie wünschen, quasi jemand zu sein, der wirklich für andere Lebewesen Nutzen bringen kann und so weiter. Aufgrund von Liebe, das heißt, wenn man wirklich aus Liebe, Mitgefühl, von Herzen kommende Wünsche macht, für andere nützlich zu sein, dann kann es sogar schon sein, dass man diesem Leben aufgrund dieser Wünsche und dieser Kraft, wenn da was wirklich hinter ist, viel Gutes tun kann. Aber es wird definitiv dazu führen, wenn man solche von Herzen kommende Wünsche macht, hinterlässt das buddhistisch gesehen eben Anlagen. Und diese Anlagen, diese karmischen Anlagen führen dazu, dass man dann durch solche von Herzen kommende Wünsche wirklich mehr und mehr in diese Erfahrung kommt, anderen von Nutzen zu sein. Und dann vielleicht in einem nächsten oder einem der nächsten Leben wirklich in Umstände kommt, dass man auf einmal eine Person ist, die viel für andere tun kann und so weiter. Auch das ist dann entsprechend etwas, was aus Karma erwächst. Ja, das ist dann falsch. Und im Buddhismus denkt man, das ist ein wirklich sehr probates Mittel, solche Wunschgebete zu machen. Und bei manchen, die jetzt vielleicht auch Probleme haben mit Religion oder so, denken, was soll das bringen, irgendwelche Gebete oder Wünsche zu machen und so. Aber im Buddhismus denkt man, wenn die jetzt nicht nur so bloße Worthülsen sind, sondern wirklich von Herzen kommen, dann hat das natürlich eine sehr starke Kraft, wie wir gehört haben. Nicht nur diese heilsame Anlage, die man jedes Mal setzt, sondern es ist ja so, wenn jemand wirklich von Herzen den Wunsch hat, anderen Gutes zu tun, dann bleibt das ja nicht nur bei dem Wunsch, sondern er wird mehr und mehr, weil er an dieser Art von heilsamer Absicht quasi sich kultiviert, dann auch im direkten Kontakt mit anderen wohlwollender werden und entsprechend dann auch wirklich in die Fähigkeit kommen, anderen zu nutzen. Ob er dann schon im großen Umfang in diesem Leben anderen zu nutzen ist, steht auf einem anderen Blatt, aber man denkt, dass wirklich von Herzen kommende Wünsche dazu führen, dass man immer wieder aufs Neue diese Kraft in diese Richtung kultiviert und dadurch, dass es sich dann auch auswirkt und entsprechend zu guten Resultaten und entsprechenden Wirkungen führt. Was natürlichassen sind, wenn man mit ihren eigenen Gebietern kann, bist du halt第二, weil Das kann man sehen, dass es eben auch mit diesen karmischen Gesetzen in Verbindung steht. Dass es einfach die von Herzen kommende Wünsche dann entsprechende Kraft generieren, die genau dazu führt. Zum Beispiel gibt es im Buddhismus immer auch Erklärungen, wie jemand zum Buddha wurde. Man spricht zum Beispiel von sogenannten Medizin-Buddhas, die in Verbindung stehen mit Heilkraft und so weiter. Und da gibt es sieben Medizin-Buddhas. Und das heißt, dass diese Medizin-Buddhas, als sie noch gar keine Buddhas waren, eben ganz speziell jeder bestimmte Art von Wünschen gemacht haben, Wunschgebete gemacht haben. Und es ist dazu gekommen, dass genau durch diese intensive Anwendung dieser Wunschgebete sie entsprechend dann so zu Buddhas wurden und alle diese Wünsche sich erfüllt haben, letztlich. Und so hat man die Vorstellung, dass wenn wirklich diese Wünsche von Herzen kommen und man immer wieder sie aufbringt und entsprechend sich darauf ausrichtet, dass entsprechend man dadurch sehr viel Positives auch schafft. Auch da spielt eben die Gesetzmäßigkeit von Karma eine Rolle. Ja, ich weiß nicht. Die Vorbereitung wird die Verkaufel mit dem und der Verkaufel von einem als Erwerf zu haben. Die Verkaufelung hat sich mit der Verkaufelung an der Verkaufelung und die Verkaufelung an der Verkaufelung an der Verkaufelung an der Verkaufelung Und zum Beispiel gibt es ja sowas wie den Rheinland-Buddhismus, wo die Menschen eigentlich den Wunsch haben, in dem sogenannten Rheinland-Sukhavati von dem Buddha Amitabha wiedergeboren zu werden. Man geht in der Tat davon aus, dass es Buddha Amitabha gibt und dieses Rheinland-Deva-Chain auf Tibetisch und Deva-Sukhavati auf Sanskrit wirklich. Das heißt, dass dieser Amitabha, als er noch keinem Buddha war, den Wunsch gemacht hat, dass er eben irgendwann ein Buddha werden möchte und in diesem Rheinland vor ist, hat er den Wunsch, dass sich sowohl heilige als auch gewöhnliche Wesen dort quasi aufhalten mögen und Geburt nehmen mögen und dass sie alle, die dort geboren werden, entsprechend höhere Wahrnehmungsfähigkeiten und bestimmte Formen von Konzentrationskräften und so weiter besitzen. Und das heißt, dass letztlich, als er dann zum Buddha wurde und sich seit dieses reine Land manifestiert hat, in der Tat, dort gibt es in der Tat Lebewesen, die dann entsprechend auch dann nach dem Sterben dort geboren werden und alle, ob die nun doch gewöhnlich sind oder schon heilig sind und so weiter, haben höhere Wahrnehmungsfähigkeit, sobald man dort geboren ist und entsprechende Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Und das heißt, dass diese positive Kraft vor allem aus den Wunschgebeten von Amitabha entstanden ist. Als er dann nach dem Wenn ich es ausgehe, dann will ich es nicht erst mal, sondern bin ich nicht. Ich mache es nicht mehr, aber da ist es nicht einfach. Auf der eine der anderen Seite, die ich hier habe. Wir haben es nicht mehr, aber ich freue mich sehr, sehr viele Dinge, Ich sollte es nicht mehr. Ich glaube, ich mache es hier. Ich glaube, ich habe es nicht mehr, wie ich es nicht mehr. Ich mache es nicht mehr, wie ich mache es. So kann man sehen, hat man mal jetzt heute was über buddhistische Auffassung von Karma gehört. Das heißt, diese Art von Karma kann man nun für sich annehmen, kann es auch sein lassen. Wenn man auf die Bedeutung schaut, dann merkt man eigentlich, ist es jetzt gar nicht so etwas Spezielles, sondern eigentlich heißt es ja eigentlich nur, dass man bemüht ist, destruktives und negatives Handeln und Verhalten aufzugeben, weil man glaubt, dass es zu negativen führt. Das ist ja nun jetzt nichts, was man jetzt in einer anderen Vorstellung findet und dass man eigentlich bemüht ist, eben Heilsames, das heißt Gutes zu tun, weil man die Überzeugung hat, dass daraus Gutes erwächst. Ob man nun das mit den Begriffen von Karma verknüpft oder nicht, ist eigentlich völlig egal. In Konsequenz bedeutet das das und da kann man eben schon sehen, dass man wahrscheinlich dafür sich selber auch entsprechend Überzeugung gewinnen kann, ohne dass man jetzt für sich einen Anspruch nehmen muss, an Karma zu glauben oder so. Das heißt, die Konsequenz daraus ist eigentlich, dass man bemüht ist, ein gutes, heilsames Leben zu führen und ein negatives aufzugeben, unabhängig eigentlich egal, ob man nun religiös ist oder nicht religiös ist, ob man buddhist ist oder christ ist, aus der Perspektive tracht, das ist eigentlich egal, sondern es geht eigentlich darum, so gut man eben kann, Gutes zu tun. So, jetzt können wir mal vielleicht gucken, ob es jetzt für die letzte Viertelstunde Fragen gibt. Hier möchte er so seinen Part jetzt hier mit auch abgeschlossen haben. Gutes denn fragen? Ja, da finden zwei, dann würde ich erst mal absprechen. Eins, zwei, drei. Gische immer vorhin schon gesagt, sieben wollten, also als etwas uneränderbares. Wenn ich mit Menschen nur spreche, dann höre ich auch manchmal, naja, Karma, selbst Schuld. Da stehe ich dann immer etwas auf dem Schlauch und weiß nicht richtig, was ich dazu eigentlich sagen soll, aber ich finde das eher fatalistisch. Gische vielleicht dazu was sagen. Ich kann schon mal was sagen. Für mich ist jetzt, ich weiß schon, ich habe es bestanden. Ich möchte noch mal was sagen, ich habe jetzt schon das Problem, das Wort Schuld zu übersetzen. Also viel schon mal, was so kultureller Background angeht. Interessant. Da Kachula hat in den Gegenden die Läder in den Raumraum erwartet, aber ich kann sagen, dass ich da gedauere. Ja, ja, ja. Die Tiere, die Gäste. In den Konyan Kachula, wenn er Ducha, Michi, Shungi, naja. Ja. Wenn er Pukut, wenn er Ducha, Shungi, naja. Da kommt Ducha, Ducha und Ducha Ducha kundrehe, Ducha mit Ducha Ducha. Das där ducha kundrehe. Dann kommst du Ducha, Ducha kundrehe. Ja. Sie kundrahtum, wenn er ein Roppa Chi-meen geht. Ja. Der Ninh-Chi Chi-meen geht. Da kommt Rang Länghan. Ja. Die ducha bunt sie, wie jetzt Ducha, wie jetzt quoting Ducha, Die kundrahtum, Taua Mjabu Chi-meen, Ducha. Ja. Ducha Gande Thung Du-sa. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir danken uns. Sie können auch Markenwerke noch jeden Tag in den Minsk getauscht. Es macht es ihnen zu Teilen. In den Dingen, wir konnten uns zu Teilen werden. Masken werden Sie noch in den Ausführungszeiten, dazu führen. Es gibt einen Ausführungszimmer, von einem Ausführungszeiten vom være afterdrinsel in den kunden. odaten, die die andere drinstecken werden, hat er der Ausführungszeiten. Wir sollen wissen, dass wir die Aus funktionen, den Ausführungszeiten von einer Kunde sie verliehen können. Die Ausführungszeiten werden verliehen, Wenn man das jetzt so und wie sie es ausdrücken, auffassen würde, dann hat er es für ein sein Gefühl, hat man kein gutes politisches Verständnis. Es gibt ja eine schöne Ebene. Eine Ebene ist die, wie man sich überhaupt zu Zustände erklärt. Und da hat man schon auch die karmische Überzeugung, dass man nichts erleben kann, wo man auch nicht die Ursachen für hat. Aber das verbindet man nicht mit dem Schuld oder mit so einer Art, dass man das, wenn man das wahrnimmt, abwehrt, denkt man selber Schuld. Sondern in allen Fällen, dass wenn jemand quasi Negatives ansammelt, ist buddhistisch gesehen die Reaktion Mitgefühl. Also man hat immer Mitgefühl. Also Mitgefühl für den, der Negatives erlebt. Man hat Mitgefühl mit dem, der Negatives tut, weil man eben die Verknüpfung sieht, dass er dann durch Ursachen schafft, selber auch Negatives zu erfahren. Das heißt, es ist eigentlich eher dieses Verständnis und Karma etwas, was einen sehr starkes Mitgefühl bringt und auch entsprechend in den Wunsch, was zu verändern. Das heißt, jemanden, der vielleicht möglicherweise Negatives erleben kann, davon abzuhalten, dass er Negatives erlebt, ihm zu helfen, dass er gar nicht Negatives lebt. Aber selbst wenn jemand Negatives tut, bei Absicht zu tun, versuchen, ihm davon abzuhalten, Negatives zu tun. Das heißt, die Reaktion ist eigentlich mehr Liebe mit Gefühl, wenn man so Dinge wahrnimmt. Wenn man das quasi aber wahrnimmt und dann mit so einem Karma-Argument so abtut, dann wäre das nach seiner Auffassung mehr so ein nicht spirituelles, das wäre so ein weltliches Benutzen solcher Begriffe oder so. Also so wenig verstanden. Ja, genau. Ich wollte noch eine Frage stellen. Übertragen heißt? Achso, wie das ins nächste Leben kommt oder was? Ja, wie das Übertragen wird, wie das nicht gemacht wird. Ja. Was er bei einem Derechstuhl gekämpft? Ja. Was er vor, was er zuvor? Das war es kein Derechstuhl. Die Derechstuhl hat uns dann einen Derechstuhl. Dann ist es ein Derechstuhl. Dann ist der Derechstuhl. Wenn es Derechstuhl gibt, dann wird es dir sterben. Dann hat sich die Derechstuhl mit einem Derechstuhl und es ist, dann wird er so ein Derechstuhl und ein Derechstuhl. Das ist das Problem. Es ist so, dass man im Buddhismus natürlich davon ausgeht, dass man natürlich nicht als die gleiche Person in diesem Leben die nächste Person auch noch ist. Aber was geht denn jetzt weiter? Vor allem, was weitergeht, ist natürlich das Bewusstsein, was sich fortsetzt. So, der Körper, wissen wir alle, was mit dem geschieht. Man denkt, das Bewusstsein setzt sich fort. Und diese karmischen Anlagen, also aufgrund des Handelns, sind ja eigentlich wie Wirkungskräfte, die quasi irgendwo gespeichert sind. Und die sind mit dem Bewusstsein verbunden. Das führt auch schon dazu, dass auch die Wiedergeburt beeinflusst. Wenn dann zum Beispiel jemand gestorben ist, das Bewusstsein setzt sich vor, so eine Art Zwischenzustand. Und jene, was für ein Karma heranreift, dann ist das Bewusstsein vor dieser karmischen Kraft getrieben, die entsprechenden Umstände zu treffen. Das bedeutet natürlich, wenn es jetzt im guten Falle, wenn man wieder als Mensch geboren wird, entsprechend Eltern zu finden, die gerade in Vereinigung kommen oder wie auch immer. Aber da ist auch Karma mit, also es gibt ja viele Mütter dann potenziell, aber auch das Karma wirkt sich dann so auf, wo das dann genau passt. Verbindet sich das Bewusstsein mit den entsprechenden Keimsubstanzen der Eltern, Samen und Ei. Und mit diesem Bewusstsein sind aber auch schon wieder diese ganzen karmischen Anlagen als Wirkungskräfte mit drin, als potenzielle Kräfte drin, die dann entsprechend in der nächsten Existenz sich auswirken, aufgrund der Umstände, die dann auch da sind. Aber es wird vor allem dieser Karma mit dem Bewusstsein verknüpft, tendenziell. Das ist das Bewusstsein, Es gibt keine Ziele, keine Ziele, keine Ziele oder die Ziele. Es gibt keine Ziele, keine Ziele, keine Ziele oder die Ziele. Die Ziele sind sehr gut aus. Die Ziele sind sehr gut aus. Sie können sich nicht nur mit einer Ziele beschäftigen. Das heißt, den Buddhismus geht man davon aus. Wir kennen das aber auch von unserem Körper. Wenn wir uns aus der Wissenschaft heranziehen, wissen wir auch, was mit unserem Körper geschieht, wissen wir, er wird verbrannt, aber das heißt nicht, dass er dann weg ist, oder? Sondern in seiner materiellen Substanzqualität, das Materie geht er ja weiter. Das heißt, entweder ist er in Asche, dann kommt man da raus. Hört ja nicht auf zu existieren. Es gibt ja einen Kreislauf oder Kontinuum, dass sich das immer fortsetzt. Das ist manchmal so, manchmal dem Aggregatzustand, manchmal so, manchmal so. Eigentlich ist es nichts, was wirklich aufhört. Im Buddhismus denkt man, dass das Bewusstsein sich auch fortsetzt. Lebewesen ist eigentlich das, wörtlich Übersetzung, das ist das, was mit Bewusstsein versehen ist. Etwas, was mit Bewusstsein versehen ist, sind wir Lebewesen. Das Bewusstsein setzt sich eben auch fort. Jetzt ist es gerade mit unserem Körper verknüpft. Das ist halt ein Mensch. Man geht das Bewusstsein weiter, wenn man gestorben ist, den Körper verlässt es. Auch das hat einfach gar kein Ende. Das setzt sich einfach fort mit den entsprechenden karmischen Kräften. Dann ist es manchmal Verscheinsverbindung mit dem Menschsein, manchmal als Tier. Sonst wie setze ich einfach auch weiter fort, als Bewusstsein. Sie haben am Anfang erzählt, kein Karma an Sammlung ohne Wille. Sondern schlechter Wille, schlechter Karma, wenn man keine Wille hat, einen Schlepper zu verstehen. Nein, nein, ich habe gesagt, Wille ist nicht, was wir über unser Wille verstehen, im Deutschen. Es gibt nur, ich kenne keine andere Übersetzung. Ich hätte dann so verstanden, wenn ich jetzt Auto fahre und ein Tier oder ein Insekt zum Sterben kam, dann fahre ich, den Auto, den Insekt zu toten, sondern ich hatte diese Wille nicht an den Rufen. Dann sei es irgendwie, dasselbe, wenn du so, dasselbe, wenn du so, wie du meinet hast, Geht das eben nicht aus? Das ist das Geist. Naja, also wie gesagt, man spricht davon, dass Karma vor allem verknüpft ist mit einem bestimmten Faktor, dem man den Geistesfaktor auffindelt, man im Deutschen, der das Geistesfaktor will. Aber eigentlich bedeutet es eigentlich die bestimmte Art von Impulsität des Geistes. Also in jeder Aktivität, die wir machen, ist ja der Geist involviert. Und es gibt einen bestimmten Impuls des Geistes, so zu agieren. Und dieser Impulsivität, dieser Aspekt des Impulses, das ist schon dieser Faktor. Und der ist der, der Karma quasi faktisch sammelt oder wie auch immer, oder zu Karma führt. Und der ist eigentlich bei jeder immer dabei, wenn wir es machen. Es gibt dann natürlich nochmal an der Qualität des Karmas einen Unterschied, ob man eben mit Absicht jetzt jemanden verletzt. Das heißt, wenn alle Faktoren zusammen sind, bringt das ein sehr kraftvolles Karma hervor, was auch dann zu einer Wiedergeburt führen kann als mögliche. Aber selbst wenn ein Faktor fehlt, wie zum Beispiel die Motivation, ist natürlich trotzdem, auch wenn man jetzt die Motivation hat, bestimmte Aspekte der Aktivität finden ja trotzdem statt. Und das wird natürlich auch Wirkung zeigen, auch für einen selber. Natürlich vielleicht nicht in dieser Komplexität oder Stärke, wie das wäre, wenn man auch die Motivation hat. Wobei man auch sagen muss, das Beispiel ist nicht ganz so gut, weil wenn man ein Auto fährt, dann hat man vielleicht nicht so den Wunsch, Insekten zu töten. Aber irgendwo weiß man es ja und denkt sich, naja, ich mache es halt trotzdem. Und die Frage ist natürlich, inwieweit das im Geist, also das natürlich auch karmische Konsequenzen hat. Vermutlich ist da schon auch Karma mit angesammelt. Aber natürlich ist das noch anders, als wenn man absichtlich das macht. Aber eine bestimmte Art von Beteiligung ist da schon gegeben, ne? Aber wenn man das gleiche Logo jetzt nicht für gute Kammer macht, gute Kammer mache, mit der Wille gut zu machen, weil es ist, dass in Kammer agiert wird. Dann gibt es dann eine gute Kammer, was man ohne zu wissen macht. Also da ist dann auch geschehen. Denen Rippa-Chipa-Gewala-Chateau-Greves-Penanga-Ganzu-Ne-Damit-Pen-O-Chena-Chi-Dua. Ja, also das heißt, wenn man bewusst und absichtlich anderen nutzt, dann ist es quasi stärker das Karma, als wenn es aus Versehen geschieht. Man muss an, wenn man sich schnell betrug, einen Gerbab und schregen kann Constabliebungen sehen. Aber man muss nicht mehr proprietären das haben oder nicht mehr, sondern man muss sich nicht invested in einen Gerbab. Man muss sich immer noch alles machen. Das heißt, wenn man sich mit einem Gerbab zu verändern kann, dann muss man sich ein Gerbab zu verändern. Man muss sich garantieren, können sich für alle Gerbabungen machen. Man muss sich die Gerbabungen sagen, Also als Buddhist, bei dem Auto fahren, mal zu bleiben und den Insekten, ist es natürlich gut, wenn man beides hat. Auf der einen Seite das Beschriebene, ich weiß natürlich schon, was das für eine Konsequenz hat, auch für kleinstlebewesen, und denke mir, ich muss ja trotzdem von A nach B. Da steckt bestimmt eine unheilsame Qualität drin. Wenn man aber in Bewusstheit sich das verdeutlicht, also dem ins Auge blickt und wirklich sich davon berühren lässt, dann hat man ja Mitgefühl. Oder man könnte auch Mitgefühl haben für die, die jetzt quasi darunter leiden, dass man von A oder B fährt. Da ist nicht nur ein unheilsamer Aspekt dabei, sondern man hat auch eine heilsame Kraft, die da quasi aktiv ist. Das ist ja schon mal auch schon mal etwas Positives, was man damit in Verbindung bringen kann. Und da muss man immer sehen, wo halt man die Grenze legt. Manchmal wird man feststellen, um im Leben natürlich irgendwie auch zu handlungsfähig zu bleiben, ist es immer so, dass auch bestimmte negative Aspekte damit verknüpft sind. Aber manchmal, wenn man trotzdem die Bewusstheit darüber hat, stellt man fest, manchmal kann man sich auch bestimmte Handlungen auch sparen. Das heißt, wenn man im Sommer jetzt von A nach B fährt, manchmal muss man es, aber man weiß auch, was im Sommer dann auf der Windschulscheibe so ist. Und wenn man dann manchmal merkt, okay, also für diesen nichtigen Anlass muss ich jetzt gar nicht von A nach B. Und eigentlich könnte ich es auch lassen. Und da gibt es dann schon Möglichkeiten, dass das Verhalten auch vielleicht ein bisschen anders ausfällt dann. Wir fahren öfter zusammen nach Hannover von Hamburg, sagt er. Und im Sommer sitzt er als Beifahrer dann da und er sieht halt, wie so permanent die kleinen Fliegen dann so rote Punkte hinterlassen. Da fühlt er sich nicht wohl. Aber man muss halt irgendwie nach Hannover, ne. Ja. 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 Das erste ist schon mal, dass man nicht so eine hohe Erwartung an sich selber hat. Das heißt sich da zu verändern, das heißt sich da zu verändern, das ist nichts was von heute auf morgen geschieht und selbst wenn man seine negativen Verhaltensweisen oder Muster kennt, dann kriegt man die trotzdem nicht von heute auf morgen abgestellt. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Nichtsdestotrotz fängt man halt an. Und da muss man einfach gucken, man hat eigentlich sehr gut oft, wenn man hinguckt, ein sehr gutes Gefühl dazu, was man vielleicht an Verhaltensweisen hat, wo man weiß, das ist eigentlich das, was am meisten schädlich ist für mich, für andere. Und da versucht man da sukzessive das zu schmälern, das ist die eine Seite. Er würde aber nicht sagen, dass im Westen das jetzt besonders negativ ist, sondern wir haben auch vieles Nützliches im Westen. Und vielleicht ist es gut da ein bisschen Wertschätzung reinzubringen, dass man eigentlich auch Gutes schon macht und vielleicht lernt das noch ein bisschen zu sehen, was man noch Gutes macht. Wenn man dann mehr Wertschätzung hat für das Gute, was man tut, dann liegt es dann da, dass man das noch ein bisschen stärkt und das mit entsprechender Wertschätzung noch mehr kultiviert. Dann wird schon so eine Dynamik herangesetzt. Wichtig mal so deutlich zu machen, es geht nur Schritt für Schritt. Dann würden wir es auch für heute dann an dem Punkt belassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.